Hallihallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren schönen baufolge in transport fifa 2 und zwar habe ich wieder ein kleines speed bild für euch ja ich habe tatsächlich auch große resonanz vom englischen server discord server bekommen also da gibt es anscheinend einige leute die sich dafür interessieren ja ich habe hier jetzt halt die strecke und ja ich werde in dieser folge mit euch ein bisschen die strecke bauen ihr gewerdet da auch dann sehen wie einige sachen funktionieren wenn ihr fragen habt schreibt es gerne einfach unten in die kommentare und ja ich lasse euch wieder alleine wünsche euch viel spaß und ja vergesst natürlich das abo nicht ja Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.